Der Bundesliga Das war die erste, die wir jetzt genutzt haben. Talala und Dolby hatten einmal die deutsche Meisterschaft. Der heißen wir als 2009 wurde Talala und Dolby der deutsche Meisterschaft gegen Robert Kugiske. Eine Bundesliga. Da ist Robert unglaublich stark und unter 60 eigentlich. Es gab nur vier Niederlagen. Alle durchwegigen ausländisch anlegen. Eine unglaubliche Serie des Kopfhörers. Aber kein Adler war, wenn man den gewissen Angriff. Immer denjenigen in der nächsten Landrat. Immer ein knappes Gewinn von Robert Kugiske. Zum Teil nur mit Kleiderwertung, Jukowertung. Mal rum, was der Verfolge bietet. Gotti! 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 68 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.